Nach Samuel Mtti verpflichtet der FC Barcelona nun mit Lucas Dinier den nächsten französischen EM-Teilnehmer. Spanische Medien brachten zuletzt Kölns Jonas Hector als Kandidat für die vakante Linksverteidigerposition ins Spiel. Womöglich genau die mediale Ablenkung, die Barca benötigte, um in aller Ruhe den Deal mit Dinier einzutüten. Der 22-Jährige kommt vom französischen Meister Paris Saint-Germain für eine kolportierte Ablösesumme von 16,5 Millionen Euro. Der junge Franzose unterschrieb einen Vertrag bis 2021 und wird wohl als Backup für Stammlingsverteidiger Jordi Alba dienen.